Am Mittwochvormittag erwartet uns ein bedeckter Himmel, außerdem wird es windig. Ab dem Mittag soll es zusätzlich regnen, erst am Abend bleibt der Himmel wieder trocken. Die Tageshöchstemperaturen erreichen 9 Grad. Auch in der Nacht verdecken Wolken die Sicht auf die Sterne. Am Donnerstag überwiegen die Wolken, ab dem Nachmittag kann es zu Regen und Schneeschauern kommen. Am Freitagvormittag kommt die Sonne kurz hervor, doch im weiteren Tagesverlauf zieht sich der Himmel wieder zu und es gibt Höchstwerte von 3 Grad. Der Samstag fängt da an, wo der Freitag aufgehört hat, mit einem bedeckten Himmel. Außerdem kann es über den ganzen Tag verteilt immer wieder regnen.